Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Space... Mann, ich geh um meine Uhr. Naja, diesmal hab ich wenigstens sofort dran gedacht. So, Dead Space 2. Wir befinden uns ja immer noch am Anfang des Spiels. Und befinden uns hier irgendwo. Der sieht aber gut aus. So, diesmal hab ich das alles ein bisschen besser gemacht, so mit Licht und so. Dann kann man mich auch erkennen. Und die Kamera ist jetzt wesentlich besser positioniert. Wow. Ja. Gut, jetzt bin ich wieder voll dabei. Haha. Bleib mal cool. Sehr schön. So. Oh nein, hinter mir. Boah, gut. Zielen kann ich schon mal gar nicht. Bisschen Nahkampf hier. Ich hab zu wenig Muni. Zumindest kann ich nie genug machen. So, haben wir... Oh, hier ist noch ein Türchen. Eine Düre. Oh, und Munition. Und hier geht's wahrscheinlich weiter. Gehen wir noch mal kurz nach hinten gucken. Achso, ah, bin ich dämlich, Alter. Ich hab den Fernseher noch an. Ist nicht schlecht. So, siehst du, ich wusste dann, dass ich was verheiratet hab. Richtig ungeplant, ey. So. Hier ging's nicht lang. Müssen wir da lang. Ich hab den Fernseher noch mal verheiratet hab. So. 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 So, hier ist nichts weiter. Alles eingesammelt. Wie steht es eigentlich mit meiner Munition? Boah, 23. Ja, okay. Nice. Kann ich erstmal ein bisschen mit Action machen. So, hier passiert bestimmt gleich wieder was. Viel zu groß, viel zu offen. Dass jetzt hier nicht gleich Action passiert. Na, ich warte. Los. Dann nicht. Ich bin da. Bleib da. Los. Isaac, schneller. Ja. 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 Ich hab mich beeilt. Ich hab' mich beeilt. Easy. Ich hab' da keine Chance, ihr Lutscher. Na. Da. Ich hab' gedacht, dein Bleib fehlt schon. So. Ja, diese äußerst prekäre Situation doch. Äh. Gelöst. Ich habe jetzt gedacht, hier kommt noch jemand, weil es sich so angehört hat. Tja. Scheiße, hätte ich mir noch dieses Audio-Lock der erste nachgefunden. Hätte ich das jetzt noch abschmehen können, oder kann ich das jetzt noch irgendwie machen? Keine Ahnung, ob das hier jetzt ist. Patientin 3 hat wieder in ihr Deck gemacht. Patientin zeichnet weiterhin mit allem, was ihr unterkommt, darunter auf VK. Patientin 3 hat wieder in ihr, etwas, das wie ein Marker aussieht. Ihre Hände zittern jetzt so stark, dass sie nicht mehr selbst essen, trinken oder sich baden kann. Ihre Prognose ist ungewiss. Ende des Eintrags. So, dann suchen wir jetzt halt einen anderen Ausweg hier raus. So wie es ja gerade schon Dings gesagt hat. Text-Lock gefunden. Bla. Ja. Bitte lest selbst. Ich bin zu verholfen und ich kann nicht lesen. Egal. So. Alter, fünf Minuten erst. Geht ja mal gar nicht voran. Jöt. Isaac ist wieder auf Zerstörungstour. Könnte herkommen, ihr Lutscher. Spanien ist auf jeden Fall wichtig. Aber bisher habe ich mich hier sehr gut angestellt, finde ich. Ich hätte ja gerade gedacht, am Anfang wird es schlimm. Erst mal ein bisschen grappeln hier. Alle ein bisschen zerstören. Oh, Polo, guck. Ja. Oh, 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 oh. Na. Tag haben wir auch schon mal schneller hinbekommen. Der nimmt mich sofort auseinander mit einem Schlag? Alles klar. Also muss ich auf jeden Fall Stase benutzen. Sonst regt man die nicht kaputt. Schönes Tutorial. Ist gerade der Dings außen aus der Luft gefallen? Für mich sah das so aus, als ob der, der, äh, Pah, schon, wot ich sagen, Geräusche aus dem Himmel gefallen haben. Oder einfach so praktisch in der Luft respawned. Ja. Ja, dann machen wir das jetzt hier nochmal. Okay, das war doch F, oder? Äh, hier. Ist jetzt eigentlich schon wieder die Waffe senkrecht. Ist doch kacke. So, gib mal Munition, mein Kleiner. Kann man ja noch was rumspflegen. Schlagel können wir noch mitnehmen. Sonst ist hier nichts. C war denn. Kann man mir jetzt auch nicht merken, aber ich hab das ja auch im Dead Space 1 ja nicht so häufig benutzt. Äh. Ja. Lass sie in Ruhe. Die haben dir nicht getan. Musst du nicht gleich grundlos Leute ankotzen. Arschgeige. So was macht man nicht. Warte mal her. So. Hier sieht super aus. Schön. Ich würde sagen. Den jetzt nicht sonderlich. So. Wieder ein bisschen mehr Munition. Da sowas. Ich drücke die C. Okay, um das nachzuladen. Hier kommt ja gleich wieder bestimmt irgendwas. Ein Fahrstuhl. Hey. Lange nicht sehen. Können wir aus Dead Space 1. Da gibt's ja nur Fahrstühle. In dem gesamten, äh, Raumschiff. Jetzt kann man sich nicht mehr unbemerkt kratzen. Ist das... Scheiße, äh, okay. Hey, hallo. Was geht? Okay. Kann ich machen. Musst er mich nur zum Marker führen. Lol. Egal. Hinten da, stürmen. Nix da. So. Textlock. Wer Bock hat zu lesen, kann lesen. Oh, ziemlich interessant. Krass. Nice. Oha. Oha. Jetzt, jetzt sieht's ab. Krass. So. Oh, das ist noch was. Energieknoten, sehr schön. Kennen wir auch als Teil 1. Hier könnten wir immer einen aufheben. Für die ganzen, Mega-Räume, die es hier gibt. Inventar ist voll. Was ist denn hier los? Wow. Wow. Ähm, ähm. Ja, 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 äh, lasst mich zählen, lasst mich zählen, lasst mich zählen, lasst mich zählen. Zählen. Ähm. Boah. Ja, genau so korrigiert meine Hilfbrüche. Da muss auf jeden Fall der fahrende Mensch, der genau dann da ist, ne Knarre bei haben. Sonst schunkte du das gar nicht. Macht Sinn. Naja, egal. Bisschen Action wenigstens. So. Weil mich, ich find's eigentlich gar nicht so gut, dass ich... Ich hab's nicht erschossen. Das kennen wir schon. Ähm. Mir gefällt's nicht, dass ich Munition liegen lassen muss. Beziehungsweise liegen lasse. Weil mein Inventar voll ist. Das ist richtig. Das ist der bedreckig. So, ne. Hier liegt noch Geld. Aber jetzt erstmal in Schopf. Ah, stimmt. Gibt's erstmal gott richtig hier zum Anziehen. Nicht so komische Eierkopfkluft. So. So. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. So kann man den alten Assis wieder entgegentreten. So. Mal gucken, was wir jetzt hier noch haben. Gar nichts. Äh. Warum funktioniert hier nicht? Ach, weil wir nicht haben. Inventar. Ich werde mal ein paar Sachen ablegen. So. Dann kann er ja auch nochmal zurücklaufen und die Munition aufheben. So viele Medikids brauchen wir jetzt sowieso nicht. Glaube ich jetzt einfach mal. Die Munition ist wesentlich wichtiger. Hier war da irgendwo nicht so. Hier oder in dem Raum davor liegen lassen. Na, hier. Dann können wir jetzt auch speichern. Ich wollte jetzt nicht speichern, da ich ja uns nicht erinnert habe. Und sonst hätte ich jetzt beim nächsten Mal laden, sofern ich denn verrecht wäre, hätte ich nochmal alles kaufen müssen und abladen müssen. Wenn man doch zwar nicht zu viel gesehen hat, aber wenn man zwar hindern kann, na. Easy gesehen. So. Na, wartet hier irgendjemand auf mich? Das sieht so einladend aus. Nö. Erinnert mich ein bisschen an den Höhenbruch aus Teil 1. Der sieht fast so ähnlich aus. Bloß, dass man nicht die Station auf deiner Seite sieht. Hier wartet doch auf jeden Fall was drin. Das ist ja so easy zu sehen. Wo soll ich denn hin? Ha, nach vorne. Hey. Was möge denn da passieren? So, aber erstmal Munition. Ich mach mal Munition und Co. Alles auf da. Oh, okay. Hey. Oder warte. Aber du hast keine Chance. Ich bin professioneller Monster schlechter. Äh. C. 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 Oh, voll daneben. Oh, voll daneben. Lass mich mal in Ruhe. Wow, der kann springen. Bleib mal ganz cool. Bleib mal ganz cool. Hallo. Wir haben da noch ein Tänzer zu tanzen, aber wir müssen jetzt kurz warten. Da gibt es auch noch Munition. Ja. Wie kann ich's treffen? Ah, getroffen. Ah, mein Name ist down. Er steht immer noch. Wow, ich stehe. Ganz hinten. So, ich muss jetzt mal kurz. Ist das vorbei? Alter, wie schnell der noch ist. Ich muss noch mal zur Stase ohne verbrauch ich mehr zu viel Munition. Verbrauch ich hier zu viel Munition. Ah. Ah. Ich muss mal nachladen. Jetzt macht er mal einen Abgang. Sehr schön. Ich wusste nicht, dass er mich noch... Wow. Du hast mich noch rumwerfen. Alter. Das Ding war echt sauer. Dana, ich bin jetzt außerhalb des Krankenhauses. Die Bahnstation ist gleich hinter den Apartmentblöcken. Warten Sie. Ich will noch mehr antworten. Wie lange bin ich schon hier? Drei Jahre. Tide Man fand sie in der Nähe von Ege schieben durch das Eich reibend und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Der Marker, den Sie fanden, hat ein sich selbst replizierendes Signal in Ihr Gehirn gepflanzt. Je länger Sie wach sind, desto stärker wird es, bis es Sie umbringt. Tide Man gab Ihnen Erinnerungshämmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie sagten, Sie könnten das beheben. Nur wenn Sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beilen Sie sich. Ja, 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 wie immer da mal hin war. Ich habe eigentlich keinen Bock zu verrücken. Obwohl, bestimmt besser ist, als sich von den Typen aus einer anderen leben zu lassen. Ich habe eineinige Schiffe aufgenommen. Ich habe eineinige Schiffe, um den Typen zu verlangt und erfolgt. Es hat sogar eineinige Schiffe, um die Schiffe zu verlagens Schiffe zu verlagen. Was setzen die Grip? Na, das kennen wir ja. So, und wieder geht's ab durch den Schacht. Viel zu eng eigentlich, als ob der da so rumpasst um die Ecke. Naja, wollen wir mal nicht heulen. So, Kapitel 2, Audio-Log gefunden. Der C&C. Trennt ihre Extremitäten ab. Nur so könnt ihr sie erledigen. Kommunikation ist offline. Wir können nicht rausfunken. Sagt es also jedem, den ihr seht. Jo, gut. Kennen wir ja schon. Hab ich jetzt grad nen... Egal. So, kommen wir erstmal in eine neue Knarre. Harpoon-Gewehr, Strahlenkanone. Standardausrüstung war Strahlenkanone. Die ist ja top. Aber erstmal... Halbleiter Gold verkaufen. Ja, ich bin mir sehr sicher. Die Medikits behalte ich erstmal. Ich hab ja jetzt erstmal genug Kohle. Ähm... So. Glaub ich upgraden. Ja, der Plasma-Cutter ist und bleibt die beste Waffe. Schön... ... in den Weg verstellt. So. Plasma-Cutter... Schaden natürlich. Vier Knoten? What the fuck? Warum mach ich so viele? Nice. Dann kann ich ja doch... Also auf jeden Fall, wie immer, einmal Trefferpunkte upgraden. Stase-Modul interessiert überhaupt keinen. Schaden bei der Strahlenkanone ist wichtig. Kapazität. Lieber einmal mehr schießen. Und einen behalten wir wie immer. So, ich seh da schon was. Durchs Glas. Hier können wir nicht speichern. Ähm... Aufgabe... Speicherstation liegt vor uns. Sehr schön. Und da müssen wir auch hin. Okay, wer ist da grad abgehauen? Warum hat das so hässlichen Geräusche gemacht? Ich kann nur hier durch, oder? Warte mal. Mal kurz gucken. Vielleicht haben die hier was außen schon steckt. Ah. Aber sonst geh ich außen lang. So dauert mir zu lange jetzt hier auf dem Laufmann. Blablabla. So, siehst du, da haben wir schon den ersten Raum für unseren Energieknoten. Damit wir ja das alles gewinnbringend nutzen können. Textlock gefunden. Können wir mal kurz hier abspielen. Oder beziehungsweise... Zeigen. Oh. Wow, das ist aber viel Text. Nice. So, Schema gefunden. Energieknoten. Sehr schön. Also... Wenn das sich nicht gelohnt hat... So. Aber da wir hier schon mal ne Speicherstation haben... ...und 20 Minuten voll sind, würde ich sagen... Wir sehen uns wieder im nächsten Folge wieder. Haut raus, bis dann! Tschöööööch!